Und wenn, und wirklich nur wenn alles nach Plan läuft, seid ihr reich. Er hat nen fetten Ring. Den nimmst du mit. Aber seid bitte nicht zu grob zu ihm. Sein Name ist John. Und er sitzt im Flugzeug nach Malaysia. Das ist alles, was ich weiß. Du hast verkackt. Wenn der Typ das wirklich war, dann wurden wir soeben von der Ehrenbärtengarde unserer Queen Elizabeth der fucking Zweiten abgezogen. Es ist nur eine Nacht Aufenthalt und morgen sind wir im Paradies. Ich hab keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Als der Vulkan ausbrach, wurde der Flug redirected, also umgeleitet. Nach Litauen. Litau? Fucking wohin? Hilfe! Hilfe! Kratus! 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 Good night, my friend. Du beschissner Schatznutzer! What the fuck soll das jetzt werden? Das nennt sich hier... Litauische Hochzeitsfeier. Einer der meistgesuchten Dealer hat täglich ein paar tausend Kilo Kokain in die USA geschmuckt. In ihrem Auftrag. Bessen Auftrag? Im Regierungsauftrag. Ach du Scheiße. Das nennt sich hier... Ge время.